Hier auf dem kleinen Familiencampingplatz Alberto Doro in Levant. Ein toller Ausgangspunkt für Reisen in die Cinque Terre. Ich zeige euch den Platz mal und ich denke mal, ihr werdet genauso begeistert sein. Hier ist der großzügige Einfahrtsbereich. Vorne nochmal ein großer Parkplatz mit Feuer und Entsorgung. Das ist die Chefin. Sehr familienfreundlich hier. Ich zeige dir vorher die Plätze, die man machen kann. Einmal so. Plätze sind im Sommer sehr schattig, auch für Geräuschungmobile geäuchtet. Auch die Zweige haben sie schön hoch abgeschnitten, so dass man bei größeren Mobilen dort auch gar kein Problem hat. Hier ist das kleine Toilettenhäuschen. Innenansicht gehe ich jetzt mal gerade hier in den Armbereich hinein. So sieht das hier aus. Einmal eine Musche. This lady is taking care. Also macht mal eine Musche. Haben wir jetzt von ihr. Musche, Musche, Musche. So, hier ist die Toilette. Auch wirklich sehr sauber. Und mehrfach am Tag gereinigt. Also das ist richtig toll. Also. Müllentsorgung haben wir hier. Einmal. Ganz kurz. Waschmaschine. Ansonsten gesagt, immer gebraucht. Und hier ist die Entsammlung für die Chemie-Poilette. Einfach aber so funktioniert. Frischwasser kriegst du hier überall. An diesen Stationen. Kann sich dort von anschließen. Und die Rückdorf. Wirklich sehr gut gemacht. Auch sehr großes Himmel. Das Bereich ist auch gleichzeitig hier die Vorrent-Entsorgung. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, hier draußen zu parken. Weil wir hier doch etwas großzügiger stehen als zwischen den Bäumen. Und nach der Erfahrung in Pisa hatten wir keine Lust mehr, irgendwo reinzugehen. Ja, Camping Alberto Doro. Von mir. Großes Lob. Schöner, kleiner, geführter Familienbetrieb. Sehr sauber, sehr freundliche, sehr hilfsbereite Leute. Jederzeit ansprechbar bei Fragen. Klasse. Also, wenn wir wieder hier sind, fahren wir hier wieder vorbei. Wenn euch das gefallen hat, dann Daumen nach oben. Und gerne auch abonnieren. Und vor allen Dingen für den Platz auch einen Daumen nach oben, weil der Platz hat verdient. In diesem Sinne, bis bald. Tschüss. 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 Vielen Dank.